Moin meine Lieben und willkommen auf meinem Kanal Löffel Leicht. Ich bin Juli und heute möchte ich euch ein Rezept zeigen, was ihr wahrscheinlich alle aus asiatischen Restaurants kennt. Ich zeige euch heute nämlich, wie ihr ganz einfach selbst zu Hause gebackene Banane machen könnt. Schön lecker, mit etwas Honig darüber. Wer mag, kann natürlich noch selbst Vanilleeis dazu servieren. Ja, und wenn ihr jetzt Lust darauf bekommen habt, dann bleibt einfach dran. Für den Teig vermischt ihr jetzt die trockenen Zutaten. Anschließend gebt ihr das Ei dazu und dann tastet ihr euch einfach mit dem Wasser heran. Ich habe jetzt knapp 5 Esslöffel verwendet. Ihr müsst einfach mal schauen, bis ihr dann die perfekte Konsistenz habt. Nun schneidet ihr euch eure Bananen in etwas größere Stücken. Jetzt werden die Bananen durch den Teig gezogen und direkt in das heiße Öl gegeben. Alles wird nun goldbraun ausgebacken. So schnell und einfach sind die gebackenen Bananen auch schon fertig. Also wenn ihr mal spontan Lust drauf habt, kein Problem. Einfach schnell den Teig anrühren, Banane klein schneiden und lasst es euch schmecken. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch auch diesmal gefallen. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag und schaltet auch bei meinem nächsten Video wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Und im Anschluss wird alles in der heißen Pfanne frittiert. falziert